So Kinder, jetzt werden die Handys weggelegt, jetzt wird alles weggelegt, Schule ist angesagt und damit herzlich willkommen zur, müsste jetzt die fünfte Folge sein oder die dritte Aufnahmesession, die fünfte Folge hier sein. Heute mit einem spannenden Thema, deswegen auch dieser komische Beginn, war mal jetzt mal etwas was anderes, nicht immer nur dieses Servus, herzlich willkommen. Dachte ich mir, ich mache mal einen passenden Einstieg dazu, damit ihr auch hier ein bisschen reinkommt. Also Handys weg, außer ihr hört den Podcast mit dem Handy, dann darf es natürlich liegen bleiben oder sonstiges. Die anderen technischen Geräte werden jetzt ausgestellt und ihr hört uns schön zu. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crypto & More. Heute leider nur zu zweit, heute nur mit Benji am Start. Servus erstmal. Ja, hi Manu. René leider heute kurzfristig verhindert, wir hatten eigentlich geplant zu dritt aufzunehmen, deswegen jetzt wahrscheinlich die nächsten zwei beziehungsweise drei Folgen dann nur zu zweit. Aber ich denke, René ist damit einverstanden, beziehungsweise haben wir ihn natürlich gefragt, ob es für ihn in Ordnung ist. Für ihn ist es in Ordnung und die nächsten Folgen ist er dann auf jeden Fall wieder am Start. Ja, Benji, wie geht's dir? Alles fit? Schönes Wetter genossen? Ja, das Wetter genossen, naja, Wetter genossen. Wir haben gestern Geburtstag gefeiert von meiner Kleinen, also den sechs Monaten und ich war eigentlich nur am Rödeln und am Röhren. Also mit Genießen war da nicht so viel, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. War natürlich cool, dass schönes Wetter war, da konnten wir ein bisschen auf der Terrasse feiern und so, mussten nicht in der Wohnung bei Regen sitzen. Also ja, war natürlich cool, ja. Top, schön. Hauptsache ein bisschen draußen gewesen. Ja, genau. Ja, du hast es gerade... Ich sehe ja auch, also für unsere Zuhörer, ihr seht es jetzt nicht, aber Manu hat es definitiv auch draußen sehr genossen. Ich habe einen kompletten Sonnenbrand hier. Also wir werden zukünftig wahrscheinlich auch die Podcasts im Videoformat dann auf YouTube hochladen. Nur heute habe ich mich absolut dagegen gewehrt. Ich bin knallrot im Gesicht. Ich sehe aus, wie als wäre ich fünf Wochen pralle in der Sonne gelegen. Deswegen heute die Folge nochmal im normalen Format, aber zukünftig dann auf jeden Fall mit Video. Und Benji hat es eigentlich schon gesagt, Thema Schule, beziehungsweise du hast ja selbst ein Kind, da ist das Thema jetzt noch nicht so aktuell, aber jeder... Noch zu klein, ja. Zu klein. Jeder war natürlich von uns in der Schule, also ich denke jetzt mal einfach 99 Prozent der Zuhörer waren in der Schule. Wir haben verschiedene Bildungsabschlüsse, vor allem in Deutschland. Es gibt, boah, Hauptschule darf man nicht mal sagen, ich glaube Mittelschule heißt es ja heutzutage. Realschule, Gymnasium, Abi. Das wusste ich noch gar nicht. Ja doch, Hauptschule darf man eigentlich auch nicht mehr sagen, deswegen Mittelschule. Das hieß zu meiner Zeit tatsächlich noch Hauptschule. Ja, bei mir auch. Ich bin jetzt auch noch nicht so alt, aber das wurde dann irgendwann abgeschafft, Mittelschule, damit es halt nicht mehr, ja, nicht so abwerten klingt und so. Soll es ja auch nicht sein. Hat ja auch sein... Okay, aber zu Zeiten von meinem Vater hieß es nämlich tatsächlich noch Volksschule, glaube ich. Ich glaube, das gibt es auch noch, aber da gibt es hunderttausend Begriffe, nur man muss halt aufpassen, was man sagt. Aber darum soll es jetzt auch nicht unbedingt gehen, schon im Detail, aber es geht sich darum, dass das jetzt abwerten klingen soll. Das werdet ihr jetzt auch in der heutigen Folge dann im Endeffekt erfahren. Ja, Thema Schule, wir haben, oder ich habe ein bisschen überlegt, wie wir die Folge dann nennen können. Wahrscheinlich werde ich den Folgentitel dann auch erst Ende des Podcasts dann ein bisschen mal mit Benji überlegen, wie wir das dann im Endeffekt nennen. Eigentlich war das Thema, brauchen wir Schule überhaupt noch? Ist eigentlich ein guter Überbegriff. Um jetzt mal, ich fange jetzt einfach mal an. Ich kann ja nicht schlecht sagen René oder Benji, einer fängt an, deswegen fange ich jetzt heute mal an, weil ich mich immer ein bisschen drücke so am Anfang. Persönlich war ich selber auf Realschule gewesen, war damals bei mir, ich glaube in der vierten Klasse muss man sich ja dann entscheiden, Gymnasium, Realschule oder bleibt man halt doch auf der Mittelschule. Ja, ist eine schwierige Entscheidung, vor allem meiner Meinung nach in der vierten Klasse sowas zu entscheiden. Ich war damals, okay, du hast in der vierten Klasse jetzt wirklich noch kein wirkliches so Allgemeinbild. Wie alt bist du in der vierten Klasse? Zehn, elf wahrscheinlich, so grob hätte ich jetzt einfach mal gesagt, so grob geschätzt. Da hast du keinen Plan, was du später im Endeffekt mal machen willst. Das heißt, du triffst in der vierten, beziehungsweise knapp fünften Klasse dann deine Entscheidung für möglich deine nächsten zehn, 15 Jahre möglicherweise, wie die nächste Schullaufbahn dann verläuft. Welche Schule du besuchst, was du vielleicht dann anfangen sollst, ist alles ein bisschen früh. Ich wollte damals unbedingt aufs Gymnasium. Mutti hat gemeint, nee, packst du eh nicht. Hat sie auch recht gehabt, ich kann kein Französisches, ich bin absoluter Idiot, was Englisch, Französisch oder generell Fremdsprachen anbelangt. Und deswegen war es da gut, auf die Mutti zu hören. Aber irgendwann kommt dann so dieser Punkt, so ich denke jetzt mal siebte Klasse, wo du dich dann so fragst, boah, oder bei mir hat es ganz ehrlich schon in der fünften Klasse angefangen. Brauchst du Musikunterricht? Brauchst du, keine Ahnung, da gibt es genug Unterrichtsdinger, wo du dir denkst, Alter, du hockst da nur drin, den Scheiß brauchst du dein Leben lang nicht mehr. Und vor allem, ich war, muss ich auch dazu gestehen, mich hat Geschichte extrem interessiert, das interessiert mich auch heute noch. Hat mich dann aber auch so, dieses ganze Geschichtszimmer begleitet mich ja heute auch noch so ein bisschen, wenn du dich so ein bisschen damit befasst und so. Und natürlich auch mit Krypto und Finanzen und sowas brauchst du auch viel Geschichte, ne. Also da kann man auch ein bisschen so Vergangenheit schielen. Aber so andere Fächer Musik, wo du da einfach drin hockst und dir denkst, du wirst hier bewertet nach Sachen, also mal aus meiner Story so ein bisschen, also Klasse, ist jetzt vielleicht echt das beschissenste Beispiel. Aber ich glaube, es geht echt vielen so. Du wirst in der Schule teilweise unfair benotet. Das kann extreme Auswirkungen auf dein Leben im Endeffekt auch haben. Ja, kennst du diese, also wenn ich dich da kurz an der Stelle mal ganz kurz nur unterbrechen darf, weil ich finde es so interessant, was du da gerade sagst, weil ich kenne, und ich frage mich da gerade, ob du dieses Bild kennst, wo unser Schulsystem so ein bisschen plakativ auch auf den Arm genommen wird, in dem ein Lehrer steht vor seiner Schulklasse und die Schulklasse besteht aus einem Affen, einer Giraffe, einem Goldfisch und einem Löwen und die Aufgabenstellung lautet dann, klettert mal auf den Baum. So, natürlich, und das wird dann bewertet und der Affe kriegt dafür natürlich eine Eins, der Fisch kriegt eher die Sechs und gut, der Löwe kommt auch noch irgendwie so drauf, aber und die Giraffe, die kommt halt einfach mit dem Hals. Also, jeder löst die Aufgabe anders, der Fisch kann es gar nicht, die anderen lösen die Aufgabe alle unterschiedlich und am Ende soll das aber in einem extrem homogenen Bewertungssystem reingepresst werden und jeder bekommt dann eine Note dafür und das ist halt totaler Quatsch. Also, dieses Schulsystem, so wie wir es haben, ist meiner Meinung nach, oder ich muss dazu sagen, ich bin jetzt schon länger nicht mehr in der Schule gewesen, ich war tatsächlich vor kurzem bei meinem Abitreffen in meiner alten Schule und die ist tatsächlich sehr modern geworden und die gehen, glaube ich, auf diese Problematik auch ein, also, es kommt auch immer auf die Schule drauf an, aber das Schulsystem an sich, so wie es erstmal ist, vorgegeben vom Kultusministerium, zumindest wie es damals auch vorgegeben war, ist sehr unflexibel, sehr homogen, also homogen bedeutet halt sehr, sehr, sehr uniform, sehr, sehr einheitlich geregelt und das, obwohl eigentlich jeder Schüler extrem heterogene Bedürfnisse hat. Also, jeder ist ja komplett anders, wie jetzt bei dem Beispiel Affe, Giraffe, Goldfisch und Löwe, jeder hat irgendwo seine eigenen Stärken woanders und auch gerade, weil du vom Musikunterricht gesprochen hast, ich habe Musikunterricht gehasst und ich war auch der Einzige, in dem einen Jahrgang war ich der Einzige, glaube ich, der eine 4 bekommen hat. Alle hatten mindestens eine 3 und weil ich einfach komplett die Leistung verweigert habe, weil ich es einfach nicht eingesehen habe, für Musik meine Freizeit zu opfern und nicht gelernt habe und auch keinen Bock hatte, hat der Lehrer mir dann eine 4 dafür gegeben und ich war wirklich der Einzige, ich glaube, auf so einem kompletten Jahrgang, der eine 4 in Musik da hatte, weil, ja. Ja, aber das Problem ist, solche Fächer, das sind dann auch solche Fächer, die dann möglicherweise, wenn wir jetzt ein bisschen weiter wiederum gehen, dann auch mal abgefragt werden, so für deinen potenziellen Arbeitgeber, weil das hat ja dann natürlich auch wieder ein bisschen Auswirkungen darauf, wenn du jetzt zum Beispiel, wir sprechen ja hier von Lernfächern, dazu gehört Musik, dazu gehört Erdkunde, dazu gehört Geschichte, das sind so Lernfächer einfach, die du nur auswendig lernst. Da gehen wir später nochmal drauf ein, dieses Auswendiglernen, vielleicht, Benji, schreibst du mal auf oder ich? Ja, ich schreib grad schon mit. Dieses Auswendiglernen einfach und das sind dann einfach so Fächer, auf die gucken dann zukünftig auch mal deine Arbeitgeber möglicherweise, hm, der hat jetzt hier eine 4, eine 5, eine 6 möglicherweise drin, ja nee, in so Lernfächern, das deutet dann wieder so darauf hin, nee, da hat er jetzt nicht gelernt, da hat er keinen Bock drauf gehabt und dann hat das wiederum Auswirkungen auch auf deine spätere Laufbahn, ne? Mussten wir ganz viel auswendig lernen, ich bin ja die ersten 5 Jahre in Afrika zur Schule gegangen und auf ein französisches Schulsystem und wir mussten Gedichte auswendig lernen, noch und nöcher, also richtig, und das wurde bewertet und, ähm, boah, ey, das war manchmal echt, also ich hatte Glück, mir fiel das Auswendiglernen nicht so schwer und es hat mir später im Studium geholfen, weil es gab teilweise Studienfächer, da ging's dann nur darum, auch Formeln auswendig zu lernen, ne? Also U gleich R mal I oder, ähm, was es da noch alles so gibt, äh, das, das, ähm, hat einem da an der Stelle schon ein bisschen geholfen, wobei Gedichte auswendig lernen auch was anderes ist, als irgendwie trockenen Formeln auswendig zu lernen. Ja, aber das ist genau auch so ein, äh, so ein Problem, was ich auch finde, dieses Auswendiglernen. Es wird wenig heutzutage so auf, äh, ja, Stärken und Schwächen, also mehr auf Stärken, sag ich mal, wird nicht so wirklich eingegangen. Es wird, wie du's gesagt hast, wir haben das Schulsystem, das ist komplett so homogen, es ist für alle gemacht und so auf die einzelnen Stärken einzugehen, ist wirklich ein Problem hier. Und das können, das hat mich auch so ein bisschen immer geärgert, ne? Wie gesagt, wir waren ja vorhin bei dem Musikbeispiel, wir hatten zwei Leute in der Klasse, oder ich glaub einen, der konnte Schlagzeug spielen, bis zum geht nicht mehr, ne? So, Schlagzeug ist jetzt wirklich nicht einfach, ne? Ich glaub, da kann mir jeder da draußen zustimmen und dann sollten wir innerhalb von zwei Unterrichtsstunden irgendwas, ich glaub eine halbe, dreiviertel Minute irgendwas auf dem Schlagzeug spielen, ne? Wo ich mir dachte, jo, ist natürlich sehr, äh, ist natürlich jetzt, äh, sehr fair, wenn hier manche Leute zwei Stunden Unterricht kriegen und du weißt, eine Stunde hat 45 Minuten, bis da noch gequatscht wird und sowas und dann nur noch eine halbe Stunde. Ja, und dann wird der Scheiß benotet. Ich hab damals eine 4 bekommen, natürlich der, wo es konnte, hat eine 1 bekommen, das war aber dann auch so ziemlich, glaub ich, der Einzige, der damals eine 1 bekommen hat. Ja. Und finde ich einfach in so einer Hinsicht nicht schwer, äh, finde ich einfach nicht fair, in der Hinsicht, ähm, weil hier einfach nicht auf Stärken und Schwächen, weißt du, manche Lehrer können da, können da stolz drauf sein, dass die Schüler es überhaupt versuchen, beziehungsweise so zu machen, aber das dann halt wiederum zu benoten, finde ich dann teilweise echt eine Frechheit. Und ich hatte, die, sorry, muss ich jetzt noch erzählen, bevor du wieder quatschen darfst. Ich hatte in der, ich glaub, dritten Klasse Grundschule, musst du dir geben, dritte Klasse Grundschule, ne? Es juckt niemanden eigentlich, was du da für Noten hast, ne? Wir hatten Kunst, Kunst in der dritten Klasse oder was für die, ist mir egal. Ich hab eine Scheiß-Fünf auf einen Baum bekommen. Ich hab einen Baum gemalt und hab eine Scheiß-Fünf bekommen, weil der Baum nicht so schön war wie der von, keine Ahnung, ich nenne sie jetzt einfach mal Lea oder sowas, ne? Wo ich mir dachte, Alter, du gibst einen Drittklässler, gibst du einfach eine Fünf auf einen fucking, sorry, wenn ich das so sag, aber auf einen fucking Baum. Ja. Das ist einfach nicht fair, egal wie scheiße der Baum aussieht, aber sowas. Das ist auch einfach demotivierend für das Kind in dem Alter. Das nimmt dem Kind einfach jegliche Freude am Lernen, weil das Kind sich denkt, egal was ich, wie ich mir Mühe gebe, nur weil es immer jemanden geben wird, der besser ist als ich, krieg ich dann eine schlechte Note. Ja, und das führt sich ja dein ganzes Schullaufbahnleben einfach fort. Du hast überall Stärken, du hast überall Schwächen. Ich war komplettes Mathe-Ass bis zur sechsten Klasse. Und ab der siebten, wo es dann anfing mit, ich male hier Dreiecke, berechne Bananen und den Umfang des Apfels mit einem Geodreieck oder sowas, ne? Da war ich einfach raus. Hat meine komplette Schulnote im Endeffekt versaut und sowas, ne? Wo dann auch natürlich demotivierend ist. Und da stellt man dann so ein bisschen so auch das Schulsystem in Frage und so denkt sich einfach so, boah, ist es wirklich so einfach fair? Man wird hier fürs Auswendiglernen in manchen Fächern, nicht in allen Mathe, ist auch viel mit Verständnis oder so. Ob du es brauchst oder nicht, juckt die Lehrer nicht. Juckt deinen zukünftigen Arbeitgeber nicht. Ob du ein Mathe-Ass bis zur sechsten Klasse bist. Und eigentlich das hauptsächliche Zeug, was du ja in deinem Leben brauchst. Plus, Minus, geteilt. Der Rest macht Taschenrechner oder macht der PC heutzutage. Außer du willst wirklich mal, keine Ahnung, irgendwie Architekt werden oder sowas oder andere Berufe. Da macht das absolut Sinn. Da musst du es natürlich auch können. Da musst du auch Wert darauf legen. Aber so Sachen zu berechnen, da war ich dann einfach nicht mehr drin, prägt dich dann auch keine Stärken oder so, wo ich dann noch mehr ausnutzen könnte. Ich war Kopfrechnen komplett das Ass, das kann ich wahrscheinlich heute noch. Aber dann hat es halt einfach aufgehört bei mir. Und da stellt man es halt, wie gesagt, in Frage dann erstmal so ein bisschen das Schulsystem. Ja, ich sage mal so, die Schulmathematik ist ja, sag ich mal, wenn man jetzt keinen Leistungskurs in der Oberstufe Mathematik hat, dann ist das ja so oder so nur so ein bisschen, ja, vorgeplänkelt, sage ich jetzt mal. Das ist ja, im Grunde genommen hat das ja noch nicht wirklich da mit Mathematik zu tun, so wie du das dann später zum Beispiel im Studium hast. Also wenn du im Studium, also ich kann dir das sagen, im Studium Mathematik ist nochmal eine komplett andere Hausnummer. Und da geht es dann eher darum zu gucken, ob du diese Fähigkeit hast zu diesem einerseits logischen Denken und andererseits ist es aber auch bei der Mathematik, die im Studium dann vorkommt, ist es dann tatsächlich so, dass es teilweise richtig Kreativität auch erfordert. Also das ist dann wirklich, also du wirst dann darauf getestet, ob du dann vier, fünf Ecken um die Ecke denken kannst, um dann auf irgendwelche Lösungen von irgendwelchen Integralen oder irgendwelchen Summen zu kommen. Und das ist wirklich richtig schwer. Und da haben auch damals, also ich meine, ich war damals noch an der RWTH Aachen, muss man dazu sagen, das ist so eine der härtesten Unis, was das angeht. Und ich habe dann auch später gewechselt, genau aus dem Grund, weil ich bin da so ein bisschen wie der Strom, immer den Weg des geringsten Widerstands, genau. Man sagt ja immer, der Strom nimmt immer den Weg des geringsten Widerstands, so ungefähr bin ich dann auch gewesen. Und ich hatte damals zum Glück eine Freundin, die sich dann da um mich gekümmert hat, sage ich jetzt mal, die gesagt hat, ne komm Benni, wir gehen jetzt an eine andere Uni, wo es einfacher ist. Und dann sind wir an irgendeiner No-Name-Uni, die keine Sau interessiert hat, auf keiner der Listen ist. Einfach nur, um schnell das Studium fertig machen zu können, wo es super einfach alles war. Und ich habe da angefangen, ich habe da eine Eins nach der anderen geschrieben. Und in Aachen bin ich durchgefallen durch die Prüfung. Und auf der anderen Uni dann plötzlich kam eine Eins nach der anderen. Und die Leute haben alle sich gewundert, was ist das für ein krasser Überflieger? Und ich dachte mir nur so, nee, das ist hier einfach nur mega einfach, was ihr hier habt. Das ist nicht zu vergleichen mit dem, was in Aachen los ist. Also das ist auch nochmal krass, wenn man sich da die Unterschiede anschaut. Und hat es mir jetzt geschadet, dass ich jetzt quasi absichtlich zu einer Uni gegangen bin, die einfacher war? Ich sage mal so, um ehrlich zu sein, ich hätte höchstwahrscheinlich Jobs bekommen können mit mehr Einstiegsgehalt damals, wenn ich in Aachen mein Studium durchgezogen hätte. Weil das ist tatsächlich, Aachen ist wirklich die Uni auf der technischen Ebene. Also bei so Sachen wie Mathematik, Informatik, Physik und so ist Aachen the way to go, sage ich jetzt mal. Wo die Firmen hinterher sich um die Abgänger, also die Studenten, die aus Aachen kommen, die werden regelrecht vom Arbeitsmarkt weggefressen. Weil die Firmen solche Leute bevorzugt einstellen. Und dann natürlich dann auch dementsprechend viel Geld bezahlen als Einstieg. Aber dennoch bin ich meinen Weg gegangen. Und ich meine, ich baue jetzt Satelliten. Und ich habe halt nicht in Aachen mein Studium zu Ende gemacht, weil es mir einfach, keine Ahnung, es war halb Faulheit und halb... Aber da sind wir ja auch wieder bei dem Punkt, nicht nur Schulaufbahn, auch Studium und so. Es ist völlig Wurst auf theoretisch, auf was für eine Uni du gehst. Es ist aber auch theoretisch absolut völlig egal, auf was für eine Schule du gehst. Weil eine Schule dir auch nicht unbedingt Stärken und Schwächen wirklich zeigt. Beziehungsweise eher deine Schwächen zeigt durch das Notensystem. Aber du kannst ihn trotzdem. Und das denke ich mir sehr, sehr oft. Wir haben auch Leute, die handwerklich begabt waren in der Schule gehabt. Die waren nicht die Besten in der Schule. Also wirklich nicht die Besten. Die waren vielleicht das letzte Drittel oder sowas. Aber es ist völlig egal, wenn die... Ich kann zum Beispiel, keine Ahnung, keine Leitungen verlegen oder sonst was. Die können das Bombe. Haben die Noten da irgendwas auszusagen? Nein, überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Und das ist auf jeden Fall auch mega unfair. Das ist ja im Prinzip der Bogen nochmal zu dem Gleichnis mit dem Affen und dem Fisch. Und beide sollen auf den Baum klettern. Wir sind nun mal nicht alle gleich. Und das ist auch gut so. Das ist schön, dass der eine das besser kann, der nächste kann dies besser. Und selbst ich, obwohl ich ein Elektroingenieur im Grunde genommen bin, jetzt mittlerweile da, wo ich das mache, ich verlege meine Leitungen im Haus nicht selber. Weil ich das Handwerk einfach nicht beherrsche. Und weil bei mir sieht es einfach danach scheiße aus, wenn ich das selber mache. Ich lasse mir einen Handwerker kommen und ich bezahle ihn auch dementsprechend gut. Weil, ja, ich finde auch nicht, dass jemand da unbedingt weniger Geld verdient hat dafür. Da ist es genauso wichtig, was der macht, wie das, was irgendjemand macht, der jetzt, keine Ahnung, studiert hat und sonst nicht was. Das ist alles wichtig. Wenn wir die Leute nicht hätten auf dem Bau, die Stein auf Stein legen, dann hätten wir hier keine Häuser in Bremen. So einfach ist es. Ja, natürlich. Da brauchst du die Leute dafür, die das auch machen. Und wenn du da nicht faire, vernünftige Gelder zahlst, dann hast du irgendwann keine Leute. Dann hast du irgendwann sowas wie hier jetzt den Frachtkräftemangel, dass du keinen Handwerker mehr findest. Und die Handwerker, die du findest, das sind nur Leute, die wirklich, ja, wo du echt Glück haben musst, dass du mal einen guten erwischst, weil die sich alles erlauben können hier bei uns in Bremen. Wir haben ja, das ist ja witzig, weil wir hatten dieses Thema ja auch schon in einer WhatsApp-Gruppe, äh, Quatsch, WhatsApp, in einer Telegram-Gruppe, in diversen Telegram-Gruppen, wo es dann darum geht, wie Handwerk gerade ist, wie die Auftragsbücher gerade sind und so weiter. Und wo einige aber dann erzählen, ja, bei uns kommen keine Aufträge mehr rein, wo ich immer nur sage, boah, komm nach Bremen, ey, hier ist, hier liegt gerade das Geld auf. Jetzt vielleicht mit der Inflation auch vielleicht auch nicht mehr ganz so krass wie vorher. Ja, klar. Die Leute bauen auch nicht mehr so viel jetzt, weil es ist nicht mehr so, das Geld sitzt nicht mehr so locker, die Zinsen sind nicht mehr so günstig. Es ist teilweise richtig schwer geworden, mittlerweile noch ein Haus zu kaufen. Aber ja, das war mal eine Zeit lang, also wie genau es jetzt aussieht, kann ich nicht sagen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass mit der Handwerkersituation hier, und um den Bogen zu schlagen mit der Bildung und so und Schule, ja, das sagt überhaupt nichts darüber aus, im Grunde genommen hinterher, wie du, ähm, äh, wie du ja, wie du irgendeine bestimmte Sache kannst. Deswegen ist es einfach viel zu homogen, das System, um eine extrem heterogene Gesellschaft abzubilden. Und das funktioniert halt eben nicht. So baust du dir, das ist auch so ein Punkt, den ich mir gerade, wo du geredet hast, noch mal ein bisschen aufgeschrieben habe, vor allem dieses, äh, dieses Thema Selbstständigkeit, ne? Du wirst, du hast ein stricktes Schulsystem, das leitet dich direkt, sag ich mal, auf diesen Weg. Ja, du brauchst einen Job direkt nach der Schule, ähm, such dir sofort in der, ich glaube, ich muss nämlich Ende der achten Klasse bewerben für meinen, äh, damaligen Job. Äh, ja, ja, du wirst direkt da reingezwungen, sag ich mal, du gehst in die Schule, du brauchst deine bestimmten Noten, du, der Arbeitgeber, auf den du dich dann zukünftig bewirbst, kennt auch nur deine Noten, der kennt die Person dahinter auch nicht. Aber Hauptsache, du bewirbst dich in der achten Klasse, schaust, was du dein Leben lang machst. Aber Selbstständigkeit, ich habe nie gelernt, wie ich eine scheiß Steuererklärung zu machen habe. Wie, wie melde ich ein Gewerbe an? Ich habe es nie erfahren, ich musste mir das alles selber beinbringen. Davon, du wirst nicht einmal irgendwie in die Selbstständigkeit rein, sag ich mal, manifriert, manifriert oder sowas, ne? Ja, es gibt so eine Fächer gar nicht, das verstehe ich auch nicht. So Lebensfächer gehören meines Erachtens nach, das ist hundertmal wichtiger, als wenn du dir jetzt Musikunterricht oder Kunstunterricht, jedes Kind kann sich selber ausleben, wenn es Bock hat auf Musik, auf Kunst von mir aus auch. Und wie, ganz ehrlich, du kannst eine Schulumfrage machen wahrscheinlich, heutzutage sowieso, denke ich mal, fünfte, sechste Klasse. Brauchst du Kunst? Brauchst du Handwerk? Gut, wenn du Handwerk, oder was heißt Handwerk, war das ja gar nicht so wirklich, im Endeffekt war das auch, mach ein Loch ins Holz rein und hau einen Nagel dahinter, ne? Ob das jetzt auch so sinnvoll ist für das Schulsystem heutzutage, sage, sei jetzt mal echt stark bezweifelt, anstatt lieber mal den Fokus auf wichtige Themen zu legen, einfach mal so Themen, die dich auch in deinem Leben weiterbringen, aber das ist, die These stelle ich jetzt einfach mal auf, ist einfach so bewusst nicht gewollt, damit du weiterhin in dieses System einfach reinpasst. Ich will jetzt nicht zu weit ausschwenken mit Systemdenken oder so, das können wir gerne mal mit René da noch zusätzlich besprechen, aber du wirst in dieses System reinmanövriert, ohne dir vielleicht einen eigenen Kopf dahinter zu machen, weil sobald du irgendwie was anders siehst und nicht mehr gut in der Schule auch bist, was man in manchen Fächern dann auch sieht, ah, der kann das nicht und so, so schlecht, dann wirst du wieder so, ja, in die Schublade gesteckt und so, aber es hat auf jeden Fall später mal Auswirkungen, möglicherweise auch auf dein ganzes geistiges Tun, auch so vom Kopf denken und sowas und es schränkt dich einfach noch mehr ein. Deswegen bin ich, um jetzt mal so einen kleinen Bogen nochmal zu spannen, teilweise sogar vor allem in Nebenfächern, davon mal überzeugt, Noten dahingehend einfach mal abzuschaffen. Ähm, ja, abzuschaffen und genau, einfach weniger Fokus auf Noten, sondern mehr Fokus auf die einzelnen Leute und das Bedürfnis der Einzelnen. In der Schule, ich denke nicht, dass Schule prinzipiell schlecht ist. Also grundsätzlich bin ich da auch nicht, also bitte nicht falsch verstehen, grundsätzlich bin ich nicht gegen Schule, aber es muss komplett modernisiert werden, bin ich einfach der Meinung. Ja, das System ist, und es gibt Länder, die das vormachen, also es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier über irgendwas reden, was jetzt völlig, was wir uns jetzt gerade ausdenken, sondern es gibt ja tatsächlich Länder, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, ich weiß nur, dass es tatsächlich Länder gibt, die das durchaus anders machen als Deutschland und wo es viel besser funktioniert. Was ich zum Beispiel auch nicht verstehe ist, wenn ein Kind überhaupt nicht klarkommt in der Schule und die Eltern sich dazu entscheiden, das Kind zu Hause zu unterrichten, ist das in Deutschland mit extremen Hürden verbunden, was ich nicht verstehen kann. Ich kann verstehen, dass wir sowas wie eine Schulpflicht haben und das ist ja auch im Grunde genommen Errungenschaft, das müssen wir mal dazu sagen, das war früher nicht so, früher, wer kein Geld hatte, bei meinem Vater war es noch so, Junge, wir haben kein Geld für dich, du gehst auf eine Volksschule. So, das war damals Hauptschule, weil das Geld fehlte, weil Bücher und so mussten selbst gekauft werden, da hatte mein Vater nie die Chance, der hatte nie die Chance zu studieren, er hätte es gerne gemacht. Ich glaube, das habe ich in einem Podcast schon mal erwähnt, das war eines der wichtigsten Dinge für meinen Vater, dass er uns, also seinen Kindern, es ermöglicht, dass sie, wenn sie es möchten, studieren gehen können, weil er diese Chance selber nicht hatte und deswegen war ihm das so wichtig, weil er das selber auch scheiße fand, glaube ich, also er ist mittlerweile über 80, aber er erwähnt das manchmal immer noch, dass er, dass das für ihn eine, ja, eine fatale Chance gewesen ist damals und dass er das relativ scheiße fand, wie das damals für ihn entschieden worden ist, einfach weil meine Großeltern damals kein Geld hatten, also die konnten da auch nichts für oder so, aber das war halt so. In der Hinsicht können wir uns, kann sich jeder eigentlich froh schätzen, dass wir überhaupt ein Bildungssystem haben, es gibt genug Länder, die das nicht haben, aber es muss halt angepasst werden, meiner Meinung nach. Ja, es muss reformiert werden, es ist reformbedürftig, es ist, und es ist, es brennt ja auch aus allen Löchern, das System, das Bildungssystem gerade und, gut, ich habe jetzt kein, im Moment kein schlechtes Beispiel parat, weil, wie gesagt, Warte nochmal 5, 6 Jahre. Ja, ich bin immer gespannt, genau, ich bin gespannt, wie das dann später wird, bei meiner eigenen Tochter, äh, bei meinem, einem Kumpel, da, die beiden Kinder gehen jetzt schon zur Schule, da, gibt es auch mal Probleme, aber das ist so im Großen und Ganzen wohl auch nicht verkehrt, aber ja, erzählt auch manchmal so Geschichten, genau was du jetzt sagst, Manu, dass, äh, teilweise die Kinder extrem demotiviert werden, weil, ne, wir haben ja hier das System und jetzt muss alles hier stur nach System und, und wir können auch keinen Millimeter davon abweichen und dann gibt es halt auch, es gibt halt nun mal auch gute Lehrer und es gibt leider auch beschissene Lehrer und die, und auch wenn es 10 gute Lehrer gibt, es reicht ein Beschissener unter den 10, der das alles wieder versaut quasi und der die, der die Kinder dann, äh, demotiviert, weil der einfach, ähm, nicht vernünftig weiß, wie man vernünftig mit Kindern umgehen kann und weil er einfach meint, er muss jetzt zeigen, wer hier der, das, das hat aber glaube ich auch viel heutzutage damit, auch mit dem Lehrermangel zu tun, ich möchte heutzutage ganz ehrlich persönlich niemals mehr Lehrer sein, beziehungsweise, also ich bin kein Lehrer, aber ihr, äh, wisst was ich meine, ich würde einfach diesen Beruf nicht ausüben wollen, weil die unter, ich kann, ich kenne meine Klasse, ich kenne alle anderen Klassen, ich war vor ein paar Monaten selber in meiner alten Schule einfach mal, um da zu besuchen, ich würde es heutzutage einfach nicht mehr machen wollen und die stehen schon unter enormem Druck teilweise, aber ich weiß, was du meinst, wir hatten auch solche Lehrer, die können dir dein ganzes Leben versauen, indem du zum Beispiel einen Verweis kriegst mit einem Schneeball, den du geworfen hast, ja, sowas gibt's, äh, es gibt's in jeglichen Schulen, sowas kann, auch wenn's dann im Zeugnis steht, wie gesagt, das kann irgendwann mal Auswirkungen haben, auch auf deinen Beruf und jetzt vielleicht nur so, langsam so einen Schlussstrich zu ziehen, ähm, also ich bin klar dafür, vor allem in Nebenfächern einfach mal Noten abzuschaffen, das Schulsystem gehört auf jeden Fall reformiert, was aber, glaube ich, jedem da draußen im Kopf bleiben sollte, Schule ist nicht euer ganzes Leben, Schule, um jetzt, Beispiel, ihr werdet 100, Schule deckt ein Zehntel von eurem Leben ab, ihr habt danach immer noch 45, 50, 60 Jahre wahrscheinlich zu arbeiten, wenn's reicht, und, aber es wird keine Auswirkungen haben, meiner Meinung nach, wenn ihr euch selber treu bleibt, eure Stärken vor allem ausnutzt, euch nicht von euren Schwächen unterkriegen lasst, nutzt eure Stärken, oder nutzt vielleicht auch eure Schwächen und versucht, sie in Stärken umzuwandeln, ihr müsst nicht der Pro in der ganzen Klasse sein, dass ihr jedenfach eine Eins habt, es gibt wichtige Fächer, es gibt weniger wichtige Fächer, versucht zu bestehen, aber Schule deckt nur einen kleinen Teil eures Lebens ab, wenn ihr absoluter Pro seid, Beispiel jetzt Marketing oder Sonstiges, es gibt genug Leute, die mit 15, 16 schon teilweise Firmen aufbauen, oder die sich einfach selbstständig danach machen, nutzt einfach eure Stärken aus und wandelt sie dann auch im Endeffekt auf euer Leben dann um, nicht nur, wenn ihr in der Schule checkt, Alter, ich bin voll des Matheass, okay, dann checkt es aus, versucht es euch dann irgendwie damit, euer Leben dann aufzubauen, aber achtet dann nicht auf irgendwelche negative Fächer, wie es bei mir Musik, Kunst und so ein ganzer Müll war, oder Biologie, weil es mich einfach nie gejuckt hat, es waren Fächer, die haben mich nicht gejuckt, sie haben mich nichts weitergebracht, sie nützen mir heute nichts weiter, weil du dir anders Informationen ziehen kannst und sowas, aber ganz wichtig. Ja, an der Stelle kann ich dann nur sagen, macht Augen zu und durch, das System ist halt so, das System ist nicht das Geilste, das stimmt schon, aber dann, ne, macht es wie Manu oder macht es wie ich, Augen zu, durch, dann kassiert ihr halt mal eine 4 oder eine 4- oder auch mal eine 5, gebt euer Bestes, dass ihr halt da in den Fächern so durchkommt und ansonsten lasst euch nicht von den Asi-Lehrern unterkriegen und auch nicht von den Asi-Professoren, wenn ihr dann anschließend, wenn ihr denn zu der Sorte gehört, wie zum Beispiel ich, die danach vielleicht noch studieren wollen, lasst euch nicht von den Professoren unterkriegen, besinnt euch auf eure Stärke, wie Manu schon sagt und dann ist das System jetzt, wir haben jetzt nicht das allerschlechteste System in Deutschland, und wir haben auch nicht das Beste, aber wir haben auch nicht das allerschlechteste und vertraut euch am besten immer euren Eltern an, wenn wirklich was scheiße läuft und gut. Richtig. Wenn ihr natürlich jetzt auch keine vernünftigen Eltern habt, es gibt ja auch ganz schwierige Verhältnisse, die dann doppelt ins Klo gegriffen haben, scheiß Familiensituation und dann scheiß Lehrer, dann gibt es auch immer noch so Ansprechstellen, so Sozialarbeiter und so, teilweise sehr gute auch, an die man sich dann wenden kann und so, weiß ich nicht, jetzt müsste man hier so die Nummer gegen Kummer einblenden, aber... Vielleicht machen wir das. Aber ja. Aber ihr wisst auf jeden Fall, was wir meinen. Scheiß drauf, ob ihr auf einer Mittelschule seid, auf einer Realschule, auf einem Gymnasium. Die Noten bringen euch im Endeffekt nur den nächsten Step weiter, was ihr aus eurem Leben macht. Und da können wir jetzt, glaube ich, auf die zweite Folge so ein bisschen Anschluss geben, was ihr aus eurem Leben macht. Da seid ihr immer noch selber verantwortlich. Nutzt es aus. Und was ich vielleicht euch noch weitergeben könnte, ist zwar jetzt ein komischer Spruch, aber könnt ihr vielleicht auch mal drüber nachdenken. Von euch wird erwartet, oder von Schülern. Ich weiß nicht, wie viele Schüler hier zukaufen. Vielleicht landet dieser Podcast ja an der Schule. Könnte ich vielleicht mal in meiner alten Schule vorschlagen. Von euch Schülern wird verlangt, zehn bis zwölf Unterrichtsfächer auswendig zu können, auswendig zu lernen. Und dann müsst ihr euch den Lehrer da vorne vorstellen, der euch genau ein Unterrichtsfach da vorne beibringen will. Ist ein cooler Satz. Vor allem dann, wenn euch ein Lehrer mal wieder bringt, ja, ihr schreibt heute eine Ex in dem Fach, bei dem anderen Lehrer auch am gleichen Tag und sowas. Und dann könnt ihr euren Lehrer doch gerne mal fragen, wir sollen jetzt irgendwie hier zehn Fächer lernen und du bringst uns eins bei. Könnt ihr mal drüber nachdenken. Vielleicht nicht unbedingt sagen, aber nachdenken. Und damit würde ich sagen, haben wir einen guten Abschluss jetzt mal gezogen. War wieder doch eine längere Folge. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass die so lange wird. Ja. Gerne mal euer Feedback unten reinschreiben und gerne natürlich auch, wie ihr das seht. Seid ihr für Abschaffung von Noten? Wie seht ihr das Schulsystem? Seht ihr das genauso kritisch wie wir? Oder sagt ihr, nee, ist alles top, kann so weiterlaufen? Schreibt es unten gerne in die Kommentare rein. Schreibt es gerne in die Telegram-Gruppen rein. Und wenn ihr weitere Vorschläge habt für den Podcast, auch gerne natürlich. Und damit würde ich sagen, hast du wie immer jetzt erst einmal das letzte Wort. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche auf jeden Fall wieder. Ja, genau. Das, was Manu gesagt hat, ist auf jeden Fall gut. Und wir sehen uns beziehungsweise hören uns beim nächsten Podcast. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.